jetzt dürften die leute auch wieder den tunnel gehen da wird halt eine sache nicht richtig abgefragt nämlich beziehungsweise ist nicht aktiviert dass abgefragt wird ob stein vorhanden das Hm, was könnte ich noch als Holz herstellen? Keine Bomben. Keine Bomben. Die Bierkirchen und die Schmesseln muss ich mal einfach mal auf fest. Ich habe meine Bucke und warum das nicht so? Geht dievisor nicht so ein, was es nicht so ist. Die Bucke und die Schmutz, in der Küche. Das war's. Hm, nichts zu tun. Okay, fangen wir mal an. Ich hab gesagt... Na, das geht nicht auf. Also die letzten beiden mal abbrechen. Einfach mal mehr Eisen verbrauchen. Und ja, ganz ehrlich, wir können... ...räuchten. Vier Pekiniere. Schau, dass Pekiniere nicht ganz so stark sind. Brauche ich noch was, was Holz verbraucht? Ja. 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 glaube die flöcke den stelle ich mal ein dass sie hacken sollen es wusste dass hier den bauauftrag niemand genötigt führt das ding abzureißen so ein workshop wo noch was drin steckt was nicht rein ist der tunnel jetzt dicht ja der tunnel ist dicht also reißen wir ihn ab und dann gibt es jetzt noch mal ein steinbruch hier groß wie er geht eben ruhig ein bisschen mittig dann drehen wir die treppe so hin das ist gut und dann ab dafür ach ja den steinbruch können wir dann auch geleten geben dem steinbruch mehr priorität können gerade kein schwiffel abbauen ja ja Ich verstehe echt nicht, warum der da nicht das Ding einreißen will. Da hätte ich noch ne tolle Idee. Ach ja stimmt, wir wollten ne Burg haben um die Burg ziehen. Nö. Ach schade, das geht nicht. Und ich hab gedacht der Abstand wäre groß genug. Oh, jetzt interessiert sich einer. Mal gucken, hier hab ich die beiden. Hier fehlt aber noch eine. Hier wollte ich noch einen haben. Hier wollte ich noch einen haben. So, dann machen wir jeweils hier und hier noch jeweils einen hin. Hier und hier noch jeweils einen und hier und hier noch jeweils ein. Hier können wir hier und hier jeweils einen hin machen. So und das sollte dann reichen. So. 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 Im Steinbruch sind sie auch am arbeiten. So. 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 So, das können wir nicht viel großartig machen. So. 2 Glas Sehr viel mehr Eisen Sehr ehrlich, ich switche das Ding hier mal auf Holz um Dann können sie das ganze Haus, was wir noch übrig haben, da mal zusammentragen Ein Eisenbahn kostet, ah ja, 10 Stein, gut Das heißt, du kannst dir den Stein da schnappen und die mal hier abliefern Ja und eigentlich bei dem, was wir hier noch aufbauen Wollen bräuchten wir Da steht ein Baumstamm und Bretter Drauf, dann nimm du mal Das Holz runter und leg's da ab Wie viele Baumstämme liegen hier eigentlich noch so rum Genug um ein bisschen improvisieren zu können Mal sehen, ob sich irgendwer um den Bauauftrag schert Geht fast dann noch aus So, dann können wir hier nämlich noch Holz einlagern Dann haben mehr Leute was zu tun Hey, wir kommen langsam in die Schicht, wo es Ressourcen gibt Yay, denn wir brauchen jede Menge davon So unser Glas ist wieder auf voll Wir brauchen hier oben noch einen Hier oben noch einen Ah, wir brauchen noch mehr als genug von den Schussteilen Ne, zweites Ding wäre zu Overkill Mal so sehr kommen wir mit dem Schwefelabbau auch nicht nach Auch wenn wir hier noch Schwefel zum Abbauen hätten Das ist zu weit weg, das können wir vergessen Ja, hier durch die Grünfläche könnten wir den Schwefel und also Glowstone Und das Eisen abbauen Gut Gut Mal langsam haben wir ein bisschen Schwund So, transportiert mal hier ein paar Baumstämme ab Wäre auch ganz schick Und das ist das, was wir sehen die mauer seite ist jetzt fertig ihr fehlt noch einer hier oben fehlt auch immer noch einer und auf den anderen beiden ja die rennen da hinten hin zum abbauen okay ach der sitzt da wahrscheinlich den letzten hin also ich brauche hier noch vier und hier noch vier sind acht ihr 23 ok auch immer ihr zwei hinwollt naja wie wir es aussieht wird langsam wirklich unser schwefe knapp ja 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 der mit den zwei eisenbaren der mit den zwei eisenbaren dati und hier an mich ihr seid eingebuddelt immer noch wenn wir jetzt gerade erst so auf so jetzt hat er nichts nicht mehr eingebuddelt sind zwei arbeitskräfte die wir die ganze zeit nicht hatten sehr schön schwefel die 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 Das war's für heute.